Krankfeiern! Sonnemondsterne XXI, was für ein abnormales Festival! Das Wetter stand nicht ganz auf unserer Seite, dennoch waren die Leute übertrieben in Feierlaune. Hat mega viel Spaß gemacht. Ja, ich werde jetzt nicht lange schnacken. Beginnt wäre das Video mit der Eröffnung. Viel Spaß mit meinem SMS-Vlog. Endlich geht's los jetzt! Jetzt geht's los, ja! In wenige Minuten und dann ist er abhorschen! Abhorschen! Weiter! Ja, nimm! Ja, nimm. Ei, da bin! Oh, das war's. Ja, nimm! Oh! Ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss! Ich schluss, ich schluss, ich schluss, ich schluss! La familia! Sonne, Mond, Sterne! Moin! Zweiter Tag hier auf dem Sonne, Mond, Sterne Festival. Gestern haben wir ordentlich gefeiert mit Fuckshit Mit Martin Garrix Materia Jetzt war grad gestört, aber geil dran Gleich haben wir Ostblock-Schlampen Und dann gibt's noch zig weitere geile Acts Ist wieder ein bisschen Regen Also aus Sonne, Mond, Sterne wurde Sonne, Mond, Regen Nicht ganz so cool, aber Wir lassen uns die Stimmung nicht verderben Na joos, wir feiern! So ein bisschen Regen kann uns gar nichts Wie lange steht ihr schon? 5 Minuten 5 Minuten locker nicht Sag mal ehrlich, wie lange? Iooooooooooo Boah, scheinlich Jawohl 3 доллар 1 2 So, gerade eben eine schöne Show gehabt mit Felix Yen und mit allen Farben. Wie sehen wir jetzt, wer ist auf der Mainstage? Major Laser und danach im Anschluss Feuerwerk, Riesenfeuerwerk und natürlich Marshmallow. Marshmallow hat das gerade in Produktion. Setz mal auf. Head 1 ist fertig, jetzt kommt noch der zweite und dann haben wir eine ordentliche Mellow Gang. Wir sind auf der Hunde für vier Tage lang. No sleep, nichts zu essen, wir suchen die Marshmallows. Let's go. Let's go. In Real. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja man, ich liebe die Drogen Crowds, Drogen Crowds haben immer so viel Energie Regen Cape schon auf, perfekt zum Wetter Ja Digga, muss sein Hat Spaß gemacht? Ey, es ist übertrieben, Digga, wie geil sind die Leute drauf Es redet um, die sind trotzdem da, ey Sonnen und Sterne Festival XXI nähert sich jetzt dem Ende Es hat mega viel Spaß gemacht, die Leute waren richtig gut drauf Mega geil! Obwohl das Wetter nicht ganz so mitgespielt hat Hatten wir trotzdem ordentlich Spaß Gab eine schöne Schlammschlacht Wir haben ordentlich abgerockt auf der Bühne Hinter der Bühne in a crowd Das war der Wahnsinn Eine krasse Sache gibt es noch anzukündigen Und zwar gibt es in diesem Jahr ein Video Contest namens Shortcut Talents Also für all die, die mit ihrem Smartphone oder GoPro während des Festivals gefilmt haben Können ihr Video ganz einfach unter Shortcut at sonnemondsterne.de einreichen Es gibt fette Preise zu gewinnen, es lohnt sich Die besten Videos landen hier auf unserem Youtube Kanal Also einschalten, haut rein! Eskalation mit Slowmotion 500 kmh Vater und Sohn, nächstes Jahr wieder dabei? Ja, auf jeden Fall! War sehr schön! Freiburg Beach Baby! Wie war's? Super war's, echt gut getan! Die Stimme ist kaputt, oder? Die Stimme ist da! Wie gesagt, die Abende, das war pure Euphorie Das kann's gar nicht so gut Pure Eskalation gehabt Ja, pure Eskalation auf jeden Fall Hab's schon gesehen, dass ihr ein Marshmallow hat Aber den hat's auch so ein bisschen mitgenommen, ne? Ja, mehr ein Crackheadmallow als Marshmallow Aber er hat den Abend überstanden, wie wir alle auch Das hat mir richtig Bock gemacht Meinst du, wir finden hier noch irgendwelche Marshmallows? Habt ihr noch irgendwelche hier rumzuliegen? Ich hab' aber leider gegessen Kannibalismus Wir konnten's nicht über uns kommen